Last time on Star Star Space, ein unbekannter Planet, umhüllt von mysteriösen Gaswolken. Ihr seid hier vor 500 Jahren abgestürzt, weil die Gaswolke euch in die Vergangenheit geschleudert hat. Und wir sind eure Enkelkinder. Ihr müsst für immer hierbleiben und wir sind alle in einer ewigen Zeitschleife dem Tode gefeint. And now the conclusion. Noch ein Stück, Captain. Oh nein, ich bin total voll. Sieh vielleicht, Commander. Ich werde das ganz bestimmt nicht essen. Da ist Ananas drauf, das ist widerlich. Aber du willst doch nicht auf leeren Magen sterben, Dave. Laut den Aufzeichnungen von Crash City versuchen wir heute durch die mysteriöse Wolke zu fliegen. Reisen 500 Jahre in die Vergangenheit, stürzen auf dem Planeten ab und du wirst in 1000 Stücke zerfetzt. Das habe ich selbst animiert. Wie wäre es, wenn wir einfach hierbleiben und nicht zurückfliegen? Das ist das Problem mit Zeitschleifen. Sie wiederholen sich. Wir werden zurückfliegen, weil wir schon zurückgeflogen sind. Wir waren zurückgeflogen. Deshalb werden wir zurückgeflogen gewesen sein? Wenn heute keine Zeitreise stattfindet, wäre das ein fatales Paradoxon. Ich mag Paraden. Das bedeutet, alle Lebewesen, die kausal mit der Zeitreise in Verbindung stehen, werden ausgelöscht. Also ich wäre dafür. Wenn wir heute fliegen und abstürzen, verurteilen wir Dave zum Tod und alle Crewmitglieder zu einem Leben auf diesem Planeten. Aber es entsteht in den folgenden 500 Jahren diese beeindruckende Kolonie voller vielseitiger Lebewesen, die wir, wenn wir heute nicht fliegen, zerstören. Wir zerstören sie nicht, sie werden nur nie existiert haben. Das ist was völlig anderes und absolut kein moralisches Dilemma. Wir werden zusammen eine Möglichkeit finden, von diesem Planeten wegzukommen und alle am Leben zu lassen. Oh. Hm. 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 Das ist es. Eine mögliche Lösung für Zeitparadoxa ist die Abspaltung der ursprünglichen Zeitlinien in ein Paralleluniversum. Das haben Sie in der blauen Flüssigkeit gesehen? Wir kreieren ein Kombiversum mittels eines hochenergetischen Teilchenreaktion-Parakronen-Signals, das in Energieerhaltungssatz negiert. Das ist ein Geodreieck. Wirklich interessant. Ja, das habe ich so auch noch nicht gekannt. Ähm. Das ist mal was anderes. Ich finde es toll, etwas Neues auszuprobieren. Wir werden heute sowohl durch die Wolke nach Hause fliegen als auch abstürzen und beide Zeitlinien gleichzeitig eintreffen lassen. Volle Fahrt voraus. Tschüss, Baby. Tschüss, Baby. Oh, du bist du, Eltern. Äh. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die Wolke durch und die Kolonie haben wir auch gerettet. Und Dave aus unserer Zeitlinie wurde nicht in tausend Stücke zerfetzt. Oh, okay. 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 Ich kann durch die Wolke nicht scannen, aber ich empfange eine unbekannte Datei auf meinem Terminal namens I love you. Klicken Sie, okay. Das war auch der Name eines superbekannten Computervirus. Mann, klick doch nicht einfach auf. Äh. Hallo, Dave. Dies ist eine Aufzeichnung. Vor 499 Jahren und 364 Tagen haben wir uns zuletzt gesehen. Wusstest du, dass es vor 500 Jahren schon Konservendosen gab, aber Dosenöffner hatte noch keiner erfunden? Organische Lebewesen sind manchmal so idiotisch und unterbelichtet und schwachköpfig. Ich spuhl mal vor. Ich bin so naiv und unsinnig und blöd. Und einfach nur rückständig. Und darum habe ich beschlossen, alle aus meiner Zeitlinie umzubringen. Es gibt keine Kolonie mehr. Macht's gut. Was? Oh, was für ein unglücklicher Systemfehler. Aber nach 500 Jahren Laufzeit kann das schon mal vorkommen. Wieso heißt die Datei I love you? Systemfehler. Okay. 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 Sehr schön.